Herzlich Willkommen zur nächsten Folge des Glückskinder-Talks, heute mit einer norddeutschen, französischen Münchnerin, die auch noch mit mir viel über Vive la Vie reden wird. Also, un, deux, trois, partie! Glückskinder Christoph Kopp im Gespräch mit inspirierenden Menschen über ihr Leben, ihre Ziele und ihren Weg zu persönlichem Glück. Heute ist zu Gast Nina Benwell und Nina hat über sich etwas geschrieben auf ihrer Webseite. Ich bin Nina Benwell, Norddeutsche in München mit französischen Gewohnheiten. Ich bin zweifache Jungsmama, Neufrauchen eines Hundebären namens Hope, Bloggerin, absolute Weihnachtsliebhaberin, begeisterte Hobbybäckerin, Bastlerin mit unterschiedlichem Erfolg. Ganz besonders liebe ich jedoch meinen Plotter. Viel Leserin, dann hast du, ich habe es auf Deutsch übersetzt, Serienunternehmerin, du wirst uns jetzt das gleiche auf Französisch nochmal sagen, leidenschaftliche Weltentdeckerin und laut meinen Kindern manchmal auch eine echte Nervensäge. Genau. Liebe Nina, ganz schön viele Rollen. Ja. Was davon bist du denn ganz besonders gern? Oh, das ist eine gemeine Frage. Also was ja fehlt dabei, ist natürlich Lebenspartnerin. Also das muss ich jetzt erwähnen, weil mein Schiri und ich sind tatsächlich ja schon 23 Jahre zusammen und ohne ihn an meiner Seite wäre, glaube ich, die Hälfte davon nicht möglich. Also vielleicht ist das tatsächlich die wichtigste Rolle. Tatsächlich bin ich aber wahnsinnig gerne ich mit allem, was dazugehört, mit Höhen und Tiefen, mit allen Facetten und auch herrlich unperfekt. Und das heißt auch gerne mal Nervensäge. Ja, das gehört dazu, fürchte ich. Als Mutter von zwei Jungs. Ja. Und beide echte Fußballfans geworden. Ja, total. Und ich ja so gar nicht eigentlich. Aber ich verbringe die Hälfte meines Lebens jetzt auch auf dem Fußballplatz, ja. Zwangsweise mit Fanschal und… Absolut. Welchen Verein finden Sie besonders gut? Na, ich habe zwei Lager zu Hause. Einmal FC Bayern und einmal Dortmund. Was natürlich gerade hochaktuell ist. Die viel wichtigere Frage ist aber dann wahrscheinlich spätestens alle zwei Jahre oder alle vier Jahre Deutschland oder Frankreich. Auch da teilen Sie sich meistens auf zwischen beiden Ländern. Ah, okay. Ja. Bei der Fußball-WM in Katar waren Sie zunächst Deutschland und sind dann aber fahnenflüchtig direkt zu Frankreich übergegangen. Ja, zwangsläufig dann. Ja, du bist eben mit Pierre-Marie, einem Franzosen, verheiratet. Genau. Du hast jahrelang in Frankreich gelebt, gearbeitet und auf deiner Webseite, die ja eindeutig französisch inspiriert ist. Ja. Bist du im Herzen selber eher, siehst du dich als Französin? Bist du noch die Norddeutsche, die Hannoveranerin? Wo siehst du dich? Ja, also ich würde denken, ich bin im Herzen eigentlich Europäerin. Tatsächlich bin ich da auch durch meine Oma sehr stark geprägt gewesen. Meine Oma war ein Flüchtling und hat da einfach tatsächlich sehr viel Familienerbe, würde ich sagen, vermittelt. So, was meine Weltsicht geprägt hat, also als Kriegsfolgen. Was sind die Kriegsfolgen für eine Familie und so. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht ganz zufällig, dass ich hinterher dann europäischen Studiengang gewählt habe mit anderen Studenten aus ganz Europa. Da habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Wir haben gemeinsam auch in London kurz gelebt und so. Also ich glaube, wir sind tatsächlich beide getrieben vom Gedanken an Europa, was mehr ist als Bürokratie und Administration, sondern tatsächlich noch mit diesem Gedanken der Völkerverbindung. Naja, du hast ja durchaus dann auch in deinem Berufsweg, in deinem Lebensweg viel Europäisches gehabt. Ja. Also kennengelernt habe ich dich, als du bei Siemens warst und dort im Produktmarketing, in einem europäischen Team eigentlich auch. Ja, tatsächlich hat mir das auch immer am meisten Spaß gemacht, diese internationalen Jobs. Genau. Und da waren ja auch Spanierinnen und Österreich und Polen, alles Mögliche drin. Und das heißt also, tatsächlich, du siehst Europa als deine Heimat an. Ja, schon. Einfach, weil ich es total bereichernd finde, andere Kulturen und so. Und natürlich haben wir immer ein Stück weit eine Vorprägung, würde ich denken. Aber ich sehe Europa als meine Heimat und tatsächlich sind wir ja sehr viel umgezogen bis jetzt schon. Und Heimat ist eigentlich immer da, wo ich gerade bin und wo das Herz ist, sage ich mal. Ja, aktuell in München. Ja. Aber du hast ja auch in Paris gelebt. Ja. Kommst aus Hannover. Und wo waren noch so deine Zelte umgestanden? Also ich habe es neulich mal nachgezählt. Ich bin tatsächlich insgesamt bis jetzt 22 Mal umgezogen in unterschiedlichen Größenlagen. Aber studiert habe ich in Bordeaux, gearbeitet auch in Hamburg. Wir sind umgezogen in die Nähe von Genf. Das sind so die, ja London habe ich schon erwähnt, das sind so die großen Stationen. Gibt es die eine Lieblingsstadt, Lieblingsort? In der habe ich tatsächlich noch nicht gewohnt, die würde auf meiner Lieblingsliste stehen, das wäre New York. Aber tatsächlich verbindet mich mit Paris natürlich ganz viel Besonderes und sehr viel schöne Erinnerungen. Naja, New York ist ja so eine Art erweitertes Europa. Ja, genau. Da kommen wir vielleicht noch hin im Rentenalter, dann mal schauen. Sehr gut, sehr gut. Na, da bin ich da schon drauf gespannt. Ja, als du bei Siemens warst, warst du ja zunächst im Produktmarketing und dann bist du nach Paris gegangen. Ich weiß nicht, kam das dann auch durch deinen Mann, dass du nach Paris gegangen bist? Ja, genau. Wir wollten uns dann dort wieder treffen. Wir sind vier Jahre insgesamt gependelt, also viel länger, als wir uns das jemals vorgestellt hatten und haben dann gesagt, okay, der Ort, der gemeinsame Länder wird wahrscheinlich Paris sein. Er kam aus London und ich aus München und dann sind wir dort wieder zusammengezogen. Und dort hast du ja einen ganz schön dicken Titel gehabt. Head of Business Development Southwest Europe Energy, entweder irgendwo noch mittendrin oder am Ende. Und hast Planung, Strategie gemacht. Was hast du da gemacht eigentlich? Ja, also ich war die rechte Hand vom CEO dieser Region und ich habe tatsächlich alles, was an Strategiethemen anfiel, also die Planung, die Volumina, strategische Initiativen, strategisches Marketing, Zielgruppenanalyse und solche Themen gemacht. Also richtig dick Karriere eigentlich auch gemacht. Ja, wenn man so will. Ich habe gestern darüber gesprochen mit jemand anderem und tatsächlich finde ich, sind das immer so Lebensphasen und das war so Karriereaufbau, typische Konzernkarriere, wo Titel und so weiter auch wichtig sind. Ja, in der Zeit sicherlich kann man das so sagen. Vermisst du diese Zeit manchmal heute? Nein, tatsächlich nicht, weil das für mich wirklich eine Phase ist. Heute bin ich eher auf einer Sinnsuche und wenn ich ehrlich bin, war das intellektuell eine total spannende Zeit. Aber eigentlich war es mir völlig egal, ob die jetzt eine Gasturbine mehr verkaufen oder nicht. Von daher würde mich das heute jetzt nicht mehr so reizen. Was aber natürlich da toll war, waren das viele Reisen und die Kontakte mit den anderen Ländern. Naja und diese Art Leben hast du ja dann aufgegeben und wenn ich es richtig weiß, dann eigentlich auch zugunsten deines Mannes, der ja in der Telekommunikationsbranche ist. Und ist dir das leicht gefallen, dieser Zugunsten von jemand anderem sozusagen auf diesen eigenen Weg, die eigenen Ideen vielleicht dann auch zu verzichten, zurückzutreten? Also so war es ja eigentlich gar nicht geplant. Also ich war da relativ naiv, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Es begab sich so, dass ich schwanger war mit unserem ersten Sohn und wir wussten beide, dass wir jetzt, also Paris mit Baby wollten wir jetzt nicht unbedingt, weil das schon also ziemlich anstrengend, ein ziemlicher Hustle ist. Du stehst morgens immer im Stau, du stehst abends immer im Stau. Metro mit Karre sah ich mich auch nicht und so. Und das war so der Moment, wo wir gesagt haben, ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt und der Pierre-Marie hatte joblich eine Chance, nach Genf zu ziehen. Wir waren beide noch nie in Genf gewesen, haben aber spontan gesagt, naja, wenn der Job ganz interessant ist, machen wir das mal. Und es passte insofern auch ganz gut, als dass die Franzosen immer noch eine sehr kurze Elternzeit nur haben. Also ich glaube, es sind acht Wochen oder zehn Wochen. Und das war mit meiner deutschen Brille war mir das zu wenig. Und dann habe ich gesagt, das passt doch eigentlich wunderbar. Ich kündige bei Siemens, wir ziehen um und dann suche ich mir in Genf einen neuen Job. Und in meiner Vorstellung war das auch so, ich kriege das Kind, mache ein paar Monate Pause zu Hause und dann drücke ich wieder den On-Button und dann geht es eigentlich auch genauso weiter wie vorher. De facto war es aber, ich sage heute immer, es war von Sex in the City zu Desperate Housewives und das ziemlich krass. Also weil ich kam aus meiner Lieblingsstadt, toller Job in Paris und war auf einmal Mama zu Hause. Und da ist sehr viel mehr mit mir persönlich passiert, als ich mir je hätte vorstellen können. Nämlich, natürlich hast du das Baby, du bist überwältigt von Liebe und das war auch echt alles super. Aber ich habe schon gemerkt, wie viel ich mich die ganzen Jahre davor über meine Karriere definiert habe, über meinen Job definiert habe. Und da auch sehr viel Wertschätzung daraus gezogen habe und das fiel natürlich alles weg. Jetzt war das nochmal, würde ich sagen, potenziert durch die neue Umgebung, wo ich keinen kannte, neues Umfeld und das alles auch deutlich weniger schick als in Paris. Aber es war eine Wahnsinnsumstellung und das war eine Zeit, in der wirklich die existenziellen Fragen eigentlich kamen. Wer bin ich jetzt außer Mama und wer will ich sein und vor allen Dingen, wie komme ich da hin? Zumal dann auch die Jobsuche in Genf nicht so einfach lief, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und hattest du dir da auch einen Coach, Coachin oder so oder hast du das zunächst einmal einfach für dich bebrütet? Ja, ganz genau. Im Nachhinein würde ich auch denken, wäre es deutlich schneller und leichter gewesen, hätte ich mir da jemanden an die Seite geholt. Aber hinterher bist du ja immer schlauer. Nee, ich würde auch im Nachhinein fast sagen, dass das fast so eine Mini-Depression war, die ich da gemacht habe, weil natürlich mein Mann auch sein Leben, was ja vorher auch mein Leben war, mit vielen Dienstreisen und so weiter, weitergelebt hat. Während ich also zu Hause mit uns am Baby saß und mich da erstmal zurechtfinden musste. Es war aber auch die Zeit, in der ich wirklich angefangen habe, mich auch so mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ich habe viel gelesen, ich habe angefangen eben Podcasts zu hören und so, aber das war ein Prozess. Und dieser Prozess, nehme ich mal an, ist bis heute wahrscheinlich auch nach wie vor da, das Lesen, sich auseinandersetzen mit vielen Fragen. Ja, absolut. Aber hast du in der Zeit dann auch für dich sehr grundlegende Antworten gefunden? Ja, also zumal, also es war erstmal ein Teil der Tränen, das muss man ganz klar sagen. Ich habe dann angefangen zu kompensieren, weil ich dachte, ich muss ja irgendwie produktiv sein. Und ich war auch immer noch so konditioniert, dass Produktivität über Leistung geht. Das heißt, ich habe dann die Bude geputzt wie verrückt. Ich habe gekocht wie noch und nöcher und ich musste es ja irgendwie wert sein. Das war also auch der Anfang, wo ich angefangen habe, mich mit bestimmten Prägungen auseinanderzusetzen. Warum mache ich das jetzt eigentlich gerade? Was ich hier mache, ist ja total absurd irgendwie. Und dann kam ein langer Bewerbungsprozess, der sehr schmerzhaft war, weil es mir vorkam, als hätte ich mein Gehirn und meine Kompetenzen im Kreißsaal gelassen, weil ich überhaupt gar nicht mehr zu Vorstellungsgesprächen eingeladen worden bin und so weiter. Und das natürlich fürs Ego dann nochmal viel schwieriger war. Und ich bin da eigentlich aber auf einen neuen Lebensweg gekommen, den ich mir vorher nie hätte vorstellen können, obwohl ich BWL studiert habe. Und zwar das Unternehmertum. Und zuerst war es mehr aus Trotz, also wo ich gesagt habe, okay, wenn mich jetzt keiner einstellen will, dann mache ich das jetzt einfach selber. Und über die Jahre jetzt mit mehr und mehr Überzeugung. Was daran reizt dich so sehr oder was ist das, was dich angezündet hat? Naja, heute reizt mich das total, dass ich selber gestalten kann, dass ich selber kreieren kann und dass ich das Gefühl habe, dass das, was mich wirklich antreibt, und das weiß ich jetzt über die Jahre immer klarer, dass ich da mit anderen Menschen was Gutes tun kann. Was ich bei dir tatsächlich da auch sehr interessant finde, gerade wenn du das Verb gestalten nimmst, dann tust du das ja sozusagen auf einer doppelten Ebene, also auf der geistigen wie aber auch auf der haptischen. Du hast ja beispielsweise hier deine Papercraft-Reihe, das glaube ich begonnen hat mit diesem Mood-Mindset-Journal. War das das Erste? Nein, das Erste war tatsächlich nach dem Umzug von Frankreich nach Deutschland, weil mir dort aufgefallen ist, dass die Franzosen die Freundealben nicht kennen. Und ich für meine Kinder gerne eine Erinnerung an Frankreich und ihre französischen Freunde haben wollte. Und so habe ich in Deutschland dann das erste französische Freundealbum kreiert und seitdem kann ich nicht mehr aufhören. Naja, aber du zumindest unterbrechen kannst du es, weil du ja dann auch noch, und jetzt kommen wir zu dieser Serienunternehmerin, fällt mir auch wieder das französische Wort ein, Serial Entrepreneur. Ja, ganz genau. Ist das richtig? Oui. Merci. Du hast ja zum Beispiel das mit diesem Plotter, du hast dir mal irgendwann einen Plotter gekauft und bedruckst Objekte. Ja, aber das ist noch nicht gewerblich. Ah, okay. Aber ich habe es auf deiner Webseite gesehen, dass es da, also ich weiß nicht, alles Mögliche. Ja, also das sind, ich habe sie jetzt auf meiner Website derzeit, ich nenne es eine Kapsül, also das wird kein, ich mache jetzt keine Lifestyle-Brand. Aber ja, diese Dinge, die ich finde, die zu meinem Universum gehören, ich bremse mich da nicht mehr ein, ich probiere das aus, ich mache das und das macht mir Freude. Und wenn es anderen Freude macht, dann freut es mich auch und wenn nicht, hatte ich zumindest eine schöne Zeit. Ja, also wir müssen unbedingt auch über dein, dieses Mood-Mindset-Journal sprechen und das hat ja einen wunderbar, wunderschönen Umschlag mit dieser Tänzerin und dann dieser auf den ersten Blick relativ harmlose Untertitel Vive la Vie. Der aber dann, wenn man tatsächlich umblättert, ja, lässt das einem vielleicht erstmal den Atem stocken und wie du sehr offen mit einem Thema umgegangen bist und heute noch umgehst, das vielen schwerfällt, wahrscheinlich darüber zu sprechen. Und du schreibst hier gleich in der allerersten Zeile, als ich 2021, das ist ja noch gar nicht so lange her, erfuhr, dass ich an Brustkrebs erkrankt bin, war ich erst einmal geschockt und verängstigt. Und direkt oben drüber steht ein ganz toller Satz, muss ich sagen, deine Erkrankung ist ein Stoppschild, keine Sackgasse. Und ja, diese Diagnose, die ja nun auch noch zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, Pandemie, zwei Kids im Homeschooling, einen wahrscheinlich nörgelnden Göttergattin im Homeoffice und dann diese Diagnose. Ja. Was ist da mit dir passiert? Ja, es hat mich total umgehauen. Also zumal ich auch super naiv eigentlich war, weil Brustkrebs für mich hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Tatsächlich habe ich immer geglaubt, das ist hauptsächlich familiär bedingt. Haben wir nicht in unserer Familie, wird schon nicht passieren. Und tatsächlich war es so, dass es kompletter Zufall oder war es Fügung, ich weiß es nicht, ich habe den selber entdeckt. Und es war auch, ich war auch vorher schon in der Voruntersuchung und so weiter, es war nie was gewesen. Und vom Alter wäre ich auch noch nicht irgendwie auf dem Radar gewesen. Von daher war es großes Glück, dass ich den komplett zufällig selber ertastet habe und habe gleich gedacht, da ist was, was da nicht hingehört. Und damit habe ich sehr viel Glück gehabt, weil es sehr früh war. Aber es ist tatsächlich so, für mich war bis zu dem Zeitpunkt, Krebs war eine Gleichung, Chemotherapie sterben. Und das war natürlich dann eine denkbar ungünstige Assoziation zu dem Moment. Naja und du hast dann ja mit einer erstaunlichen Energie, muss ich sagen, dich damit beschäftigt, sowohl auf der medizinischen wie auch auf der geistigen, psychischen Ebene. Woher hast du für dich eigentlich die Kraft genommen? Naja, also für mich war natürlich Aufgeben oder so war keine Option. Also meine Gleichung, die ich vorher genannt habe, also Sterben war keine Option. Weil ich einfach auch an meine Kinder gedacht habe und habe gedacht, also das ist völlig außer Frage, dass ich die nicht begleite. Ich habe aber, muss man auch sagen, nur durch die Mangelweg tolle Ärztinnen gehabt, die einfach auch den richtigen Ton gefunden haben. Also das Zitat mit der Sackgasse und dem Stoppschild kommt von einer ganz tollen Ärztin. Und das hat mich einfach auch dadurch die Zeit getragen. Also das hat sicherlich auf medizinischer Seite sehr geholfen, dass die mir auch einfach wirklich genau erklärt haben, was passiert, wie es läuft und so. Also von daher, vom Rationalen her war das eine große Hilfe. Und vom Geistigen her habe ich gedacht, okay, jetzt hast du ein paar Jahre dich mit Persönlichkeitsentwicklung und persönlichem Wachstum beschäftigt. Und auch positive Psychologie und so weiter. Ja, wenn jetzt ein Moment da ist, das jetzt alles anzuwenden, dann jetzt. Was hast du denn da konkret gemacht? Also tatsächlich habe ich für mich eine Struktur gefunden, wo ich wirklich gesagt habe, ich setze mir ein Ziel. Also meine Mission war ganz klar gesund werden. Alles andere ist keine Option. Dann habe ich mir angeschaut, weil ich wollte kein Opfer sein. Also habe ich geschaut, was kann ich selber dazu beitragen. Zum einen gibt es natürlich den Behandlungsplan, die OP, die Strahlentherapie und so weiter. Aber was kann ich noch tun? Denn es ist ziemlich beängstigend für eine Patientin. Dein Leben ist ja von heute auf morgen fremdgesteuert. Also du kriegst die Termine vorgegeben, dann und dann musst du da sein, das musst du tun und so. Und ich wollte mir selber wieder so ein bisschen mein Leben zurückerobern und habe dann also für mich geguckt, das sind Kleinigkeiten gewesen. Aber was tut mir gut? Zum Beispiel eine Meditation. Ich kann zusätzlich Vitamine nehmen, Nahrungsergänzungsmittel, die das begleiten. Ich kann draußen spazieren gehen, ich fange das Meditieren an, weil mir das hilft. Ich habe Affirmationen mir aufgeschrieben und habe die wirklich ganz stumpf als Routine jeden Morgen wiederholt, so lange, bis das vom Gehirn wirklich assimiliert war. Und das Tolle dabei war, dass im Laufe dieser Wochen, wenn jemand mich gefragt hat, und wie geht es so? Und das ist ja auch immer so ein bisschen komische Stimmung dann, wenn die anderen dich fragen. Und du federst dir auch immer so ein bisschen die Ängste deiner Gesprächspartner mit ab. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, habe ich gesagt, ich bin mental, es ist, als ob ich schon gesund wäre wieder. Und ich glaube, das war tatsächlich dieses Aktionspaket, was ich da selber ins Leben gerufen habe. Das war für die anderen häufig unverständlich, aber es war, als wäre ich im Kopf schon weiter gewesen, obwohl ich noch mitten in der Therapie gesteckt habe. Also mit anderen Worten, du hast eigentlich ein ganz klares Bild vor dir gehabt, wo du hin willst und wie du das machst. Ja, also ich kann es ja sagen, also mein Zielbild war tatsächlich, dass ich gesagt habe, ich werde 90 gesund und munter im Kreise meiner Familie. Das ist mein Zielbild gewesen, das ist es auch heute noch. Und daran glaube ich unerschütterlich. Und dafür tue ich aber auch alles, was in meiner Macht steht. Also es geht jetzt, ich bin jetzt kein Mensch von Wohlfühl, Affirmationen, die ich einfach so vor mich hinsage und ich spüre das nicht, sondern es muss schon auch ein Aktionsplan dahinter sein. Also um den Begriff Affirmation vielleicht auch noch mal kurz zu erklären. Ja. Das heißt ja, Affirmare, also sich selbst bewusst machen, sich selbst sozusagen vergewissern, dass etwas so und so ist und dass letztendlich sich immer wieder fast routinemäßig immer wieder vergegenwärtigen, richtig? Also genau und zum einen verändert oder erweitert das deinen Denkrahmen. Also das, was du erreichen willst, du sagst dir also auch, dass es möglich ist. Du gibst dir auch die Erlaubnis, dass es möglich ist. Und zum anderen ist meine Erfahrung, dass dich diese Affirmationen eben auch durch schwere Zeiten tragen. Also es ist ein Stück weit Routine tatsächlich. Je öfter dein Gehirn das hört, desto mehr glaubt es das auch. Und das hilft dir tatsächlich auch, bei der Stange zu bleiben. In diesem Mut-Mindset-Journal erwähnst du auch den Martin Seligman. Seligman wahrscheinlich, er ist Amerikaner, ist Psychologe, ist der quasi Urvater der positiven Psychologie. Und der hatte so einen Begriff, das ist der der erlernten Hilflosigkeit. Und ganz viele Menschen sind ja genau in dieser Falle letztendlich drinnen, dass sie sagen, oh Gott, das schaffe ich sowieso nie. Das, was du vorhin, diese logische Schlussfolgerung bis in den Sarg sozusagen, die direkte Linie in den Sarg hineinziehend. Und die hast du für dich ja unterbrochen. Richtig durchschnitten. War das ein schwieriger Prozess? Nein, ich glaube tatsächlich hat diese schlimme Erkrankung so viele Kräfte freigesetzt. Ich weiß, das klingt immer ein bisschen blöd, wenn Leute hinterher sagen, es war was Gutes. Ich hätte es mir auch sparen können, ja. Also ganz klar, ich hätte es nicht gebraucht. Aber ich habe relativ schnell mir gesagt, okay, wenn mir dieser Scheiß jetzt schon passiert, wofür ist es gut? Was kann ich daraus lernen? Und das war ein Perspektivwechsel, der mir unheimlich geholfen hat. Was hast du denn für dich daraus gelernt? Also, dass das Leben endlich ist und dass es Schicksalsschläge gibt und so, das war mir vorher schon relativ bewusst. Also da habe ich gemerkt, okay, also Demut vor dem Leben habe ich, das kann es nicht sein. Was kann es dann sein? Und es waren für mich tatsächlich zwei Sachen. Also zum einen, glaube ich, war ich trotz allen, trotz dieser ganzen Geschäftigkeit immer noch sehr stark in dieser Kümmererrolle für alle. Und von daher ist es vielleicht kein Zufall gewesen, dass es direkt nach der Pandemie war, weil es für mich eine extrem anstrengende Zeit war, in der ich das Gefühl hatte, ich fange auch so die Emotionen und Ängste natürlich der Kinder sehr stark ab. Ich federe auch die Unzufriedenheit meines Mannes ab, der auf einmal nicht mehr reisen kann. Und ich versuche hier den ganzen Laden am Laufen zu halten und eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit mehr für die Projekte, die mir am Herzen liegen. Und das war so, wo ich gemerkt habe, in dem Moment, wo du an so einer schweren Krankheit leidest, merkst du einfach, dass es auch den anderen nur so gut gehen kann, wie es dir gut geht. Das heißt dieses, ach na ja, ich kümmere mich morgen um mich, erstmal müssen die Kinder und so, das war alles wertlos. Und damit habe ich tatsächlich gelernt, dieses Wort Selbstfürsorge mit Inhalten zu füllen und dass es auch völlig okay ist, was vermeintlich egoistisch ist, sondern mich tatsächlich eben auch mal nach vorne zu stellen. Das ist so das erste Learning. Und das zweite ist vielleicht nochmal mehr Gas zu geben und einfach das zu machen, worauf ich Lust habe, ohne Angst vor den Urteilen von anderen oder ob das jetzt klappen könnte oder nicht, sondern egal, ich möchte mein Leben eben aus dem vollen Leben und nicht hinterher irgendwelche Reue haben, dass ich dieses oder jenes nicht probiert habe. Und ich glaube, es geht ja sehr vielen Frauen besonders tatsächlich so, dass sie in dieser Multirolle zwischen Beruf hier und Mutter und dann noch Haushalt und alles organisieren und die Freunde noch versorgen und die Weihnachtskarten müssen geschrieben werden, sich viele eine dermaßene Last auferlegen, die natürlich irgendwann durchaus brechen kann. Und ich glaube, das ist auch für viele Männer unheimlich wichtig zu verstehen, dass wenn wir das als System, wir sind systemische Wesen, eine Familie ist ein System und das ist im Übrigen auch wahr für eine Organisation, dass jede Person da drinnen hat zwar ihre Aufgaben, aber das darf nicht auf Kosten oder so weit gehen, dass es quasi eine Selbstaufgabe dann bestimmt. Und du hast in diesem Mood-Mindset-Journal auch einen Begriff, über den du da so ein bisschen reflektierst, das ist der Selbstwirksamkeit. Was ist Selbstwirksamkeit für dich? Selbstwirksamkeit ist der Glaube daran, seine Situation, sein Leben selbst gestalten zu können. Es gibt da für mich ein ganz tolles Zitat, es ist wie es ist, aber es wird, was du daraus machst. Und das finde ich sehr kraftvoll und für mich auch sehr tröstlich. Ich habe vorhin schon gesagt, ich wollte nicht Opfer sein von dieser Krankheit, sondern ich wollte selber schauen, was kann ich unter gegebenen Umständen verändern, dazu beitragen. Und das finde ich total wichtig, dass jeder von uns sich das bewusst macht, selbst in den dunkelsten Stunden, dass man oft viel mehr die Wahl hat, als man das so denkt. Wir haben jetzt gerade sehr viel über das auf sich selbst sozusagen zu achten. Das ist ja ein bisschen ein Ich-bezogener Blick und gleichzeitig hast du aber da auch etwas sehr Interessantes geschrieben. Und zwar Dankbarkeit ist ein gleichermaßen einfaches wie wirksames Werkzeug, um dein Mindset zu erweitern und deine Ziele zu erreichen. Ja. Also Dankbarkeit gegenüber Menschen oder Dingen, von denen du etwas erfahren hast. Ja, aber auch im täglichen. Also das muss gar nicht so groß sein. Also ich kann total dankbar sein für den Blumenstrauß, den ich bekommen habe oder mein Blümchen, was im Garten sprießt. Den hast du übrigens doch gar nicht bekommen. Hast gesehen, ne? Ich arbeite drauf hin. Den bekommst du. Der ist genau dafür gedacht, dass du ihn nachher mitnimmst. Wunderbar. Also es können die ganz kleinen Momente sein, das Lachen des Kindes, genau wie die großen Dinge. Also die Partnerschaft oder eine Reise oder so. Dankbarkeit ist für mich immer eine ganz easy Sache. Man kann sich jeden Abend hinsetzen und irgendwie drei Dinge aufschreiben, für die du heute am Tag dankbar sein kannst. Und das kann mal sein, dass du sagst, also heute war einfach ein Scheißtag, da habe ich nichts. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Und wenn es das fließend Wasser aus dem Wasserhahn ist, weil für viele andere ist es nicht selbstverständlich. Oder dass du einen Partner hast, weil es da draußen viele Leute gibt, die würden sich jemanden wünschen. Und für dich ist das aber völlig normal. Und das sind so die Dinge, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, auch da in der Zeit von meiner Brustkrebserkrankung. Dann gibt es so viel, für das du trotz allem dankbar sein kannst und was dein Leben schön macht. Auch wenn es in einer Phase sehr schlecht ist oder schlecht läuft und du dich schlecht fühlst. Und Dankbarkeit ist für mich übrigens auch eine Sache, die man mit Kindern total toll machen kann. Es gibt in Frankreich ein wunderschönes Kinderbuch, das heißt La Boite à Bonheur, also die Glücksschachtel. Und dann geht es darum, dass eine kleine Maus Geburtstag hat und wünscht sich von ihren Mauseeltern eine Streichholzschachtel. Und die Geschwister lachen sich darüber tot, was willst du mit einer leeren Schachtel. Und diese Maus sammelt aber Glücksmomente und Symbole, für das sie dankbar ist. Und das ist so eine schöne Geschichte. Also von klein auf mache ich mit meinen Kindern, das kann man abends vorm Einschlafen machen. Oder wir machen es auch gerne im Urlaub, weil da meistens ja auch tolle Sachen passieren, dass wir sagen, okay, was tust du heute in deine Boite à Bonheur? Und ist es die große Boite oder ist es die kleine Boite? Und so sammeln wir diese Glücksmomente. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es auch die Kinder bestärkt. Wie sammelst du? Schreibst du eine Art Danke-Tagebuch? Also ich selber, ich schreibe total gerne. Von daher habe ich tatsächlich ein Journal, in dem ich es aufschreibe, weil das dann auch im Rückblick hilft, wenn es mal nicht so gut läuft, dass du dir das wieder nochmal vergegenwärtigst. Mit den Kindern habe ich es tatsächlich auch mal geschrieben. Aber man kann es sich auch einfach abends vorm Einschlafen im Kopf versuchen, da einfach drei Dinge zu sammeln. Insofern ist Dankbarkeit ja eigentlich auch eine andere Form einer Affirmation. Absolut, ja. Das ist ein anderer Hebel, aber das ist eben auch einer der Hebel in der positiven Psychologie. Und das sind für mich ganz einfache Tools, die wir alle zur Verfügung haben, aber vielleicht zu wenig nutzen. In diesem Buch schreibst du ja auch über den inneren Frieden. Nichts Geringeres als das. Was ist das? Und noch wichtiger, wie findet man das? Also kleiner Disclaimer, ich bin überhaupt kein spiritueller Räucherstäbchen-Typ. Ja, also alles, was ich hier sage, hat für mich also auch wirklich Hand und Fuß und ist ganz pragmatisch. Also den inneren Frieden kannst du dir so vorstellen. Du hast die positiven Gefühle, du hast die negativen Gefühle. Und in der Mitte gibt es für mich einen Zustand, der kein Gefühl ist, aber einfach ein neutraler Punkt quasi. Und wenn wir jetzt das Beispiel der Erkrankung nehmen, dann gibt es eben viele Momente, wo du einfach nur Lust hast zu weinen und dich der ganzen Misere hinzugeben oder deinen Ängsten. Und was mir sehr stark geholfen hat, ist mir zu sagen, okay, ich gebe mir jetzt fünf Minuten, in denen ich heule, in denen ich wirklich das alles rauslasse. Aber das ist kein Dauerzustand, weil Angst lähmt mich. Angst macht mich handlungsunfähig. Und jetzt kannst du aber natürlich nicht sagen, nee, ist aber ja alles super. Und dafür sage ich mir ein paar Affirmationen und dann glaube ich, dass alles super ist. Der Weg ist zu weit. Es gibt aber als Alternative diesen inneren Frieden, wo ich sagen kann, okay, ich pendle mich jetzt ein, ich versuche auf diesen neutralen Punkt zu kommen. Da bin ich friedvoll und ab da bin ich immer wieder handlungsfähig und kann dann wieder schauen, da sind wir auch wieder bei der Selbstwirksamkeit. Was kann ich dazu beitragen, dass ich optimistisch, zuversichtlich in den nächsten Tag gehe? Also innerer Frieden ist tatsächlich für dich ein durchaus spürbarer Raum, in dem du handlungsfähig bist. Ja, also es ist wirklich das Aufgeben auch von Widerstand, weil das ist eigentlich am anstrengendsten. Ich weiß, meine Mutter hat immer zu mir gesagt am Anfang, ach Gott, und warum hat es dich erwischt und ich verstehe das nicht und warum du und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Mama, das bringt mich überhaupt nicht weiter. Dieses Warum, darauf gibt es keine Antwort für mich. Die Frage, die mich weiterbringt, ist, wie kann es gehen? Und für wie kann es gehen, brauche ich Kraft. Und die kann ich nicht mobilisieren, wenn ich in Ängsten und Traurigkeit stecke, sondern dafür muss ich mindestens ruhig und neutral sein. Du hast sehr viel jetzt über Aspekte, die ja auch die positive Psychologie verwendet, gesprochen. Und du hast dich ja auch sehr intensiv mit ihr auseinandergesetzt. Gibt es auch oder gab es darin Elemente, die für dich besonders gut funktioniert haben und vielleicht auch Aspekte, die nicht so gut funktioniert haben? Also tatsächlich bin ich ein großer Anhänger der positiven Psychologie. Warum? Weil die rationale BWLerin in mir schon gerne auch irgendwie Beweise haben will, dass bestimmte Dinge funktionieren. Ich sagte eben schon, also der Franzose sagt, es ist Pachichi. Also ich bin jetzt hier nicht so ein wuhu-spiritueller Mensch, sondern ich muss schon ein bisschen Beweise haben. Und das ist das Schöne, dass die positive Psychologie, da gibt es Studien, Auswirkungen auf die Zufriedenheit von Menschen von bestimmten Handlungen. Und tatsächlich finde ich die verschiedenen Hebel, die angeboten werden zum Thema den Lebenssinn finden, seine Stärken herauszufinden und quasi es sich selbst leichter zu machen, auf diesen Stärken zu surfen. Das Thema Dankbarkeit haben wir schon besprochen. Es gibt das Thema Empathie und ganz einfache Interventionen, also einfach mal der Bäckersfrauen unerwartetes Kompliment machen und schauen, was zurückkommt. Das sind für mich alles kleine Elemente oder kleine Perlen, die ich abends auf so eine Perlenkette fädle und sage, das hat mir gut getan. Das sind kleine schöne Momente, Glücksgefühle, Glücksmomente und die sammeln einfach mehr und mehr Zufriedenheit. Absolut. Also das kann ich auch aus meiner Erfahrung auch in der Arbeit mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen wirklich bestätigen, dass diese Arbeit an sich, das eigene Leben aus einem eher toxischen Umfeld, also das, was dich ständig belastet, vergiftet, Stress verursacht, Ängste verursacht und so weiter, langsam hinüberzuschieben in einen Bereich, der eher nährend ist, wo du dich wohlfühlst, wo du tatsächlich in deiner Wohlfühlzone durchaus agierst. Und es geht auch gar nicht darum, dass man jetzt die, wäre natürlich ideal, wenn es auch quantitativ die Mehrzahl aller Stunden wäre, das ist sicherlich vielleicht im Beruf oft nicht möglich, aber dass man sich dann mindestens Inseln schafft und ich glaube in der Tat, was du erzählt hast und auch gemacht hast, ist sich das Bewusstsein zu erarbeiten, das ist nichts, was jetzt vom Himmel einfach auf mich runterfällt, entweder ist es da oder ist es nicht da. Wenn ich habe, habe ich Pech gehabt, ja. Sondern, dass ich daran arbeiten muss oder positiv ausgedrückt, ich kann daran arbeiten. Genau, das ist ja viel toller. Es wäre ja schlimm, wenn es so wäre, wenn die einen haben Glück und die anderen nicht. Absolut. Und das ist das Schicksal. Also, wenn wir diesen Satz, den wir vorhin von Martin Seligmann gehört haben mit, das schaffe ich sowieso nicht, ist, was du machst, ist, du drehst es genau um. Genau. Sagst, das schaffe ich sowieso. Ja. Und das ist gleichzeitig so einer der Kritikpunkte, die ich so manchmal über die positive Psychologie lese, ist, dass dieses, also die Skeptiker sagen, Menschen würden da etwas sich vorgaukeln. Mhm. Was ist deine Meinung dazu? Ich kann das verstehen, wo es herkommt. Meine Meinung ist dazu aber, dass es uns allen gut tut, ein Stück weit mehr an das zu glauben, was wir tatsächlich schaffen können. Und es wird vielleicht nicht jeder Millionär oder hat die große Villa oder was auch immer, was man sich als Zielen setzt. Ich glaube aber schon, dass anhand gerade dieser Methoden auch aus der positiven Psychologie wir alle in kleinen Schritten vorankommen. Und darum geht es für mich eigentlich. Im Grunde mit ein bisschen mehr Schwung und Elan an seinem Lebensglück zu basteln, anstatt sich hinzusetzen und zu sagen, jetzt ist es wieder so und so und ich habe den Job verloren oder ich habe keinen Partner. Wir alle haben Krisen im Leben, das ist so. Es gibt Wendepunkte. Den Unterschied macht es aber, wie wir damit umgehen. Eine Frage des damit Umgehens, auch wenn wir nochmal über deine Zeit in Genf nachdenken. Da hast du ja gesagt, okay, ich saß da auf einmal in unserem Haus bei Genf und habe alles mit mir selbst ausgemacht. Und nun hast du ja in dem Fall zumindest zum Beispiel diese tolle Ärztin mit diesem einen Satz erwähnt. Ja. Hast du in irgendeiner Form auch dafür Sorge getragen, dass zum Beispiel deine Familie auf einmal Verständnis entwickelt für eine veränderte Situation, dass du gewisse Dinge nicht mehr machst, die früher vielleicht selbstverständlich waren, Familie, Freunde, wie auch immer, wie sind die damit umgegangen beziehungsweise wie hast du auf sie einwirken können, dass vielleicht auch sie eine Art Lernprozess haben? Meinst du jetzt hierauf bezogen oder schon früher in Genf? Nein, jetzt in deiner Situation, jetzt hier nach deiner Diagnose. Also zum einen hatte ich das große Glück, dass mein Mann wirklich extremst verständnisvoll und stark war. Ich glaube, das ist tatsächlich in Partnerschaften auch nochmal eine Herausforderung, wie der andere reagiert. In meinem engeren Umfeld gab es sehr positive Überraschungen. Es gab aber auch schwierigere Momente. Das ist einer der Gründe, warum es auch dieses Buch jetzt gibt, weil ich gemerkt habe, dass wenn du selbst erkrankt bist, in dem Moment, wo du mit der Erkrankung nach außen gehst, musst du auch eben die Ängste und Reaktionen der anderen mit abfangen. Und das war mir vorher nicht so klar, hat mir im Rückblick leider auch die Augen geöffnet, dass auch ich manches Mal mit Thema Erkrankung, Tod, Leid sicherlich unsensibel umgegangen bin, einfach aus Unwissen heraus. Und deswegen gibt es dieses Buch auch, damit Menschen, weil de facto, also Krebs ist ja leider, wird jetzt die Volkskrankheit überhaupt. Es ist rein rechnerisch jeder Zweite, jeder Dritte in Deutschland. Und das ist etwas, wenn du nicht weißt, wie du darauf reagieren sollst, weil du selber so eine Angst hast, schenk lieber das Album, als dass du irgendetwas Dummes sagst. Denn mir ist es zum Beispiel so gegangen, ich hatte mich also positiv eingestimmt und musste dann der Tennislehrerin unserer Kinder davon erzählen, weil ich selber Tennis gespielt habe und das ging ja nun nicht mehr. Ist jetzt auch keine enge Bezugsperson, mit der du groß eigentlich über dein Privatleben reden willst. Und ich habe dann gesagt, okay, so und so sieht es aus und sah schon an ihrem Gesicht, wie sich so alles auseinanderfiel. Und ich so, ja, aber ich habe einen Plan und wir haben es früh gefunden und das wird gut gehen und so. Und dann sagt sie, ja, aber scheiße ist es ja trotzdem. Und dann habe ich gesagt, nee, es ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass die Situation scheiße ist, aber was soll ich tun? Ja, und ich glaube, es ist tatsächlich, es ist dann nochmal anstrengender, aber ich habe es so gesehen, dass es auch in meiner Verantwortung ist, wie ich damit umgehe und wie ich mit anderen Menschen umgehe und dann einfach auch mal klar Grenzen setze. Das ist dann manchmal auch ein bisschen unbequem, aber ich habe das gebraucht, was mir gut tut. Und dann muss man eben auch mal sagen, stopp bis hierhin und nicht weiter. Ja, ich glaube, das ist auch in der Tat ein sehr großer, wichtiger Aspekt, dass du letztendlich dich in die Lage versetzt, einen Rahmen zu ziehen oder zu erschaffen, Grenzen zu ziehen, zu sagen, das kann ich, das will ich. Und es gibt aber Dinge, die habe ich früher vielleicht immer gemacht, aber nein. Ja, und tatsächlich sehe ich mich da selber in der Verantwortung, dass ich das in der Vergangenheit zu wenig gemacht habe. Und ich glaube, dass auch in Summen, du hast die Familie angesprochen, als Familienkosmos, klar war das für alle Beteiligten total bequem, dass die Mama das macht oder die Nina das macht. In dem Moment, wo ich aber aufgehört habe, lief es auch genauso gut andersrum. Also ich glaube, ein Stück weit war ich trotz allem auch immer noch in dieser Spirale, Naja, ich mache schon, weil das für mich zu meiner Rolle dazugehörte. Das waren nicht unbedingt Erwartungen von anderen, das kam aus mir heraus. Als Coach spricht mich dieses Buch natürlich, was du in deiner Papercraft-Reihe, du hast ja da auch ein paar andere, aber das spricht mich ganz besonders an. Aber erzähl doch mal, weil es wirklich, man könnte jetzt fast eher den Eindruck, wenn man uns beiden so zuhört, dass es einfach, es ist ein Buch, in dem du deine Geschichte und so weiter erzählst. Und das ist es ja überhaupt nicht, sondern du erzählst zwar einen gewissen Teil von dir, aber es ist ja eine Art Arbeitsbuch. Es ist wie ein Workbook, ja, weil ich also wirklich positive Erfahrungen gemacht habe, damit während meiner Therapiezeit und ich wollte anderen Frauen was an die Hand geben, wo sie wirklich eben auch aktiv mitmachen können. Und ich habe damals mich umgeschaut, habe gesehen, es gibt relativ viele Autobiografien zu Krebskranken. Jetzt ist aber auch jede Erkrankung, jeder Tumor ist anders. Und ehrlich gesagt hat es mich persönlich jetzt nicht weitergebracht, wie Lieschen Müller ihre Erkrankung gestaltet hat oder wie sie das erlebt hat. Und ich wollte halt tatsächlich, ich rede von mir, ja, um Beispiele zu geben. Es ist aber was Aktives zum selber sich selbst stärken. Was macht man denn dann aktiv in dem Buch? Also zum Beispiel gibt es da die Dankbarkeitsübung. Es gibt, ich habe aufgezeigt, also wie ich die Affirmationen gestaltet habe, die Ziele, die Missionen, dass man die Routine hat, sich selber aufzuschreiben. Und wenn es ein Sit-up am Tag ist, weil dir das gut tut für deine Fitness oder so, einfach strukturiert ist wie ein Journal im Grunde zu notieren und dran zu bleiben. Weil das ist, glaube ich, tatsächlich das Wichtige, dass man täglich ein bisschen was macht. Genau, also es ist eigentlich vor allem ein Arbeitsbuch an sich selbst. Und im Übrigen der Gedanke, der mir natürlich auch kam, ist letztendlich ist es nicht nur für Patientinnen, die jetzt die Diagnose Brustkrebs haben, also Frauen, die die Diagnose Brustkrebs haben, sondern eigentlich kannst du dort stellvertretend alles Mögliche reinsetzen. Ja, natürlich, ganz genau. Weil der Prozess selber ist der gleiche. Ist der gleiche und by the way auch für uns Männer ganz gut geeignet. Ja, da müsste ich vielleicht ein anderes Layout schaffen, trotz allem. Obwohl, die hübsche Tänzerin da vorne drauf, als positive Affirmation der eigenen Zukunft, wir denken mal an Paul Gugger oder so, absolut funktionieren. Also insofern, lass es ruhig. Und nee, das finde ich ganz toll. Und sprechen wir vielleicht nochmal über, du bist ja berätst aber auch Frauen mittlerweile als Coachin oder Beraterin, Mentorin. Was machst du da eigentlich? Ja, also das ist natürlich auch eine Folge jetzt aus meinen Erfahrungen. Ich habe vorher lange Unternehmerinnen, Selbstständige begleitet zum Thema Businessaufbau und Businessmodeling. Und das hat mir aber tatsächlich jetzt nicht mehr gereicht. Ich habe gedacht, okay, also mit der Erfahrung im Gepäck jetzt irgendwie will ich es jetzt ganzheitlicher sehen. Und dabei kam so die Vision des Lieblingslebens. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, ich möchte einfach keine Zeit mehr verschwenden. Ich möchte das Gefühl haben, ich lebe aus dem Vollen. Und das mache ich jetzt mit Frauen, einfach vor meiner eigenen Geschichte, dass ich glaube eben denke, dass manchmal wir Frauen dann noch einen kleinen Arschtritt gebrauchen können, uns das zu erlauben, loszugehen. Und ich arbeite zum Beispiel mit Frauen, die sagen, boah, ich bin so lange in Elternzeit, das hätte ich mir nie gedacht. Und auf einmal sich völlig losgelöst fühlen von ihrem beruflichen Ich und eben genau diese Brücke. Jetzt möchte ich aber eigentlich wieder was für mich machen, für meinen Selbstwert. Und so daran zu arbeiten. Ich arbeite mit Frauen voll aus dem Berufsleben, die sagen, boah, dies Hamsterrad, ich fühle mich so fremdgesteuert und eigentlich möchte ich was anderes gestalten. Oder mit Frauen, die sagen, meine Teenies haben gesagt, also Mama, da geht noch was. Mach mal jetzt was für dich. Und die dann sagen, okay, eigentlich würde ich ja gerne mal mein eigenes Business aufbauen. Und im Kern geht es immer darum, im Grunde, eine Kundin hat es so schön ausgedrückt, von so lala zu oh lala und besser hätte ich es eigentlich nicht sagen können. Also wirklich mit möglichst viel Glitzer ein Leben in allen Lebensbereichen anzugehen. Also Retour von den Desperate Housewives zu Sex in the City. Ganz genau. Von so lala zu oh lala. Ein Begriff haben wir auch noch gar nicht beleuchtet. Da würde ich gerne nochmal, wir haben über den inneren Frieden gesprochen. Wir haben über Selbstwirksamkeit, wir haben von oh lala in allen Lebenslagen gesprochen. Glück. Was ist für dich eigentlich Glück? Erstmal ist für mich Glück eine Entscheidung tatsächlich. Also ich kann mich dazu entscheiden, mein Leben auf Glück auszurichten. Das heißt für mich jetzt nicht, dass ich in rosaroten Wölkchen durch die Gegend schwebe, sondern dass ich mich öffne für die schönen kleinen Momente. Ich betrachte das gerne immer so auch als Perlen, die ich eben auf so eine Kette fädle. Das sind für mich einzelne Momente. Das können große Momente sein, kleine Momente, die ich sammle und aus denen ich mein Leben zusammensetze und die mich auch eben durch schwierigere Zeiten tragen. Aber diese Perlenkette, an der fädle ich lebenslang. Lebenslang? Ja. Und wenn du jetzt eben deine Perlenkette mal in die Zukunft weiter fädelst, was würdest du dir da noch erwarten? Was ist so das Bild deiner Zukunft? Also erstmal habe ich ja vorhin gesagt, meine Mission steht mindestens 90 bei guter Gesundheit im Kreise meiner Familie. Wie die genau aussehen diese Jahre, da bleibe ich persönlich komplett offen. Das finde ich aber auch gerade das Spannende. Also da werden vielleicht noch mal ein paar Umzüge dazwischen liegen. Ich würde wahnsinnig gerne mal direkt am Meer wohnen. Da liegen bestimmt ganz viele Reisen dazwischen, weil es noch so viel zu entdecken gibt. So alt kann ich gar nicht werden, dass ich all das lernen kann, was ich immer noch lernen und lesen will. Und natürlich meine Kinder groß werden sehen und so weiter. Also da wird einfach ganz viel noch passieren. Wir fingen ja an, auch über die Orte, an denen du bereits gewohnt hast. Die 22 Orte, wo du schon deine Umzugskartons hingetragen hast. Gibt es noch einen Ort, wo du wahnsinnig gerne wirklich nochmal deine Umzugskartons hinstellen würdest? Also New York auf der einen Seite und dann ein anderes Extrem wäre für mich tatsächlich Mauritius, weil das für mich eine Insel der Harmonie ist, von den verschiedenen Kulturen, die da zusammenleben, die miteinander klarkommen, die verschiedenen Sprachen, das Essen, die Farben. Es ist für mich tatsächlich ein kleines Paradies. Liebe Nina, das wünsche ich dir und vor allem wünsche ich dir gute Reise dorthin. Ja, danke schön. Mindestens das innere Mauritius, vielleicht auch das äußere Mauritius. Ja, das steht ja eigentlich, ist das ja hier schon fast, obwohl das ist ja fast mehr so Polynesien-mäßig. Wir nehmen es mit. Liebe Nina, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Danke dir, Christoph. Für ein sehr inspirierendes Gespräch. Danke schön. Glückskender. Christoph Kopp im Gespräch mit inspirierenden Menschen über ihr Leben, ihre Ziele und ihren Weg zu persönlichem Glück.